Oh mein Gott, hast du das von Brandy gehört? Oh mein Gott, ja, und sie ist so fett! Halt's Maul! Anthony, Anthony, wach auf! Wach auf, Anthony! Das Haus brennt! Was? Reingelegt, ich hab eine Freundin! Woohoo, ich hab eine Freundin! Yeah, yeah, und ich klaue dein Sweatshirt! Sie ist wahrscheinlich das heißeste Babe auf Erden. Ich hab sie auf dieser Website kennengelernt und... Warte, du hast sie auf twilightbesessen.com kennengelernt? Ist es wichtig, woher ich sie kenne? Nein, okay, dann halt's Maul! Das hier ist sie. Ihr Name ist Antoinette. Super sexy, oder? Alter, das ist meine Schwester! Nun, okay, ich hatte keine Ahnung, ja? Ach, komm schon. Du willst mir noch nicht sagen, dass du dieses Bild noch nie gesehen hast. Ich meine, ich wusste, dass sie mir bekannt vorkam. Du kannst nicht meine Schwester daten. Komm schon. Ein Date, mehr nicht. Weißt du was, in Ordnung, gut, aber nur... Ja! Woohoo, ich geh auf mein erstes Date, yeah! Test, Test, Test! Bis dann, Alter. Wünsch mir Glück. Warte mal, warte, warte. Was? Hier, nimm die. Mädchen lieben Rosen. Mädchen lieben keine Rosen. Sie lieben coole Sachen wie Wrestlemania oder Monster Jam. Alter, ich hatte bislang zwei Freundinnen. Ich weiß jetzt so ziemlich alles über Frauen. Die mögen so eine Kacke. In Ordnung, Mann. Hey, was zur Hölle willst du? Willst du diese Rosen? Zur Hölle? Ja, ich will. Danke, Mann. Ian! Hier drüben! My Lady! Da war ein Haar in meinem Mund. Dann wollen wir mal sehen, worüber du so redest, Ian. Musst du kacken? Musst du ein Häufchen machen? In Ordnung, mach hin und kack. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Kack, Gottverdammt! Ich verspreche, nicht zu gucken. Oh Gott, da ist Brad. Brad? Ja, mein Ex. Er schaut hier rüber. Versteck dich unterm Tisch. Ach, verdammt, ich muss gucken. Ich will nicht, dass du auf meine Schuhe kackst oder so. Hallo, Antoinette. Und wer bist du? Hey, Alter, was geht? Nicht viel, Mann. Ich guck nur zu, wie sie den größten Haufen in ihrem Leben macht. Weißt du was? Wenn ihr beide so gut zusammenpasst, wieso heiratet ihr beide nicht? Oh Gott, das riecht nach den Füßen meiner Freundin. Wir sehen uns später, Mann. Bis dann. Ihr riecht ihre Chocolat de Mies? Oh, vielen Dank. Oh, Mist. Lass mich das für dich machen, Antoinette. Oh, ist das ein Giraffel. Hey, ich und deine Schwester werden heiraten. Was? In zwei Tagen. Du machst Witze, oder? Ich passe nicht. Wir werden heiraten. Wuhu, yeah. Verabschiede dich von deiner Hochzeit, Ian. Bist du dir sicher, dass mich das zum besseren Küsse macht? Alter, wann habe ich dich jemals belogen? Mal los. Okay, in Ordnung, in Ordnung. Dann mal los. In Ordnung. Alter, was glaubst du, was du da tust? Ich dachte, wir üben... Ich hypnotisiere dich, du Vollpfosten. Wirklich denn? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir dieses Zeugs machen, so wie die Mädchen. Schau einfach auf den blöden Anhänger. In Ordnung. Stell dir vor, dass nichts außer dieser Anhänger in diesem Raum ist. Du wirst müde. In Ordnung, genug hypnotisiert. Also, du wirst alles von jetzt an glauben, was ich dir erzähle. Und du erlangst dein Bewusstsein erst wieder zurück, wenn ich dir mit dem Anhänger auf den Kopf haue, okay? Okay. Also, der Spiegel zeigt, Antoinette wird dich zum Kotzen bringen und du willst ihn nicht mehr heiraten. Und Anthony ist viel cooler als du. Du willst ihm deine Xbox geben. Aber die 360, nicht dieses alte blöde Stück Scheiße. Was machst du mit meinem Verlobten? Nichts. Was auch immer es ist, beeil dich. Wir gehen jetzt in meine Hochzeit einkaufen und ich will nicht zu spät sein. Ich warte im Auto. Beeil dich. Oh, Scheiße. Komm schon, Mann. Wach auf. Wach. Verdammt. Tut mir leid. Er ist nur, äh... Anscheinend... Leidet er etwas unter dem Wetter, also geht's ihm gut. Wie sieht das hier aus? Ich fragte, wie sieht das hier aus? Das war's. Die Hochzeit ist Geschichte. Ich will dich nie wiedersehen. Du bist solch ein Schwein. Ich hab das von dir und Antoinette gehört, Mann. Das ist scheiße. Ich glaube, alle Mädchen sind verrückt. Aber jetzt heißt es wieder du und ich, wie in den alten Zeiten. Yeah, wir werden so viel Spaß haben. Komm. Yeah. Spaß. Komm hier hoch. Geh nach rechts zu. Yeah. Yeah. Ian. Oh man, das war knapp, ich dachte, wir werden von einem Bus getroffen. Danke fürs Abonnieren. Untertitelung des ZDF, 2020